ja damit herzlich willkommen zu 1916 der unbekannte krieg das ist ein spiel auf englisch weil dänisch kann ich nicht okay kontrollen okay wir können dann schauen auch schießen wir gehen einfach mal rein leider gott alter leider ist das spiel in einem sehr komischen format und es ist auch noch full hd zur verfügung gott alter kann ich denn jetzt irgendwie interagieren habe ich ich bleibe gar nicht zugehört wie normal was mir die ein bisschen sagte ich weiß nicht genau was es wie ein spiel ist aber immer gehört dass es extrem gut sein soll und deswegen spielen erstmal ich sehe nichts mehr also da liegt auf jeden fall was das sehe ich und sogar ein charakter ist kann es aber nicht aufheben wir können auch springen kommt also ich kann auch können wir klatschen also wir sind hier ob ich in einem schützengraben ich habe vorhin gerade gelesen also okay das ist irgendwie noch ein text aber das ist nicht so wichtig kann ich hier was habe ich gerade ich habe seine hand ausgerissen sein bein auch noch es ist ein sehr gutes spiel okay immer vorhin ein dinosaurier es ist ganz komisch irgendwie vor allem als auch kurz als haben mein herz soll ich vielleicht rennen oh gott ist wirklich nicht los die sauen die sind irgendwie witzig ich sehe nichts von der sackgasse vor ort egal lasst mich doch durch bitte ich bin tot let's go was soll das mit dem scheiß dinosaurier der letzte mal sind wir hier durch wir gehen jetzt mal hier durch an der sackgasse okay wir müssen hier vorne durch ich hoffe diesmal wird uns der dinosaurier nicht über den weg laufen wir müssen da vorne hin aber müssen ja einfach schnell sein aber wir wissen ja dass hier drüben eine sackgasse und von hier drüben wo kommt der dinosaurier ich sehe nichts oh mein gott hier ist auch eine sackgasse hilfe hilfe kann ich schlagen aua renn doch bitte warte wir rennen jetzt mal in diese richtung wo der dinosaurier herkommt weil der wird ja hier gespawnt genau aua lass mich doch durch ach come on wo ist die leiter war die dahinten vielleicht war die trotzdem dahinten ich muss noch mal ganz kurz gucken zack da lief er wieder durch die gassen vielleicht kann ich auch einen arm mitnehmen und ihn dann ablenken ich meine für irgendwas muss doch das sein gib mir her komm vielleicht kann ich ihn auch schlagen oder so jetzt habe ich hinten die schuhe aber oh nein jetzt habe ich ihn weg geworfen warte mal danke ich habe ihn einfach hinter mir geworfen gott hier ist wirklich alter claudia hä oh lol gott oh mein gott sind hier viele sachen gibt es hier auch checkpoints oder so ich habe angst dass hier gleich wieder so ein dino kommt was macht ihr da laura geht euch gut ich glaube das war wirklich die lösung ich nehme den mal wieder ich glaube das nur ganz kurz aus okay und falls wieder irgendein monster kommt oh alter war das laut irgendein monster kommt schmeißen wir den hin und dann oh gott alter oh mein gott äh ich glaube das ist ein großer dino ach ne das ist gar kein dino doch ne dunkel aber müssen wir nicht eine leiter finden oh da hat mir schon mal glück hallo guten tag ah gas gefahr leiter auch perfekt wo sind wir denn gerade bunker oh gott wir müssen so weit mach das bitte aus das ist das ist creepy as fuck aber da draußen war das ja der dino also kommen wir dumm wenn ich jetzt rausgehe ich fotografiere mir das mal ganz kurz die musik ist wunderschön aber kannst du die bitte mal ausschalten ok wir gehen jetzt aus dem bunker raus oh nein ich hab den den fuß weggeschmissen so ok wir gehen aus dem bunker raus dann gehen wir hier geradeaus erste abbiegung links ach egal ich werde es eh nicht schaffen ok wir gehen raus das weiß ich noch oh lol nein oh oh kommt der oh ja oh nein ich hab den da rangeklickt oh hallo na wie gehts dir ne scheiße ich muss links wenn ich irgendwie oh gott ich kann nicht mehr rennen kommt der zum glück nicht uff 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 oh lol oh mein gott wieso steht er denn vor mir help me alde bitte nicht alde jo nice ey da kommt er auch wieder gerannt der Ehrenbruder wir nehmen mich hier nochmal kurz in den Arm mit oh lol er ist schon da oh gott alter wie schnell ist er denn nein bitte nicht bitte nicht ich will noch leben ich hab noch so viel zu erleben da kannst du mich bitte Aua eine Ruhe lassen come on ach der Gang ist so weit was das denn alter oh nein ich bin irgendwo falsch abgebogen ja toll das war's ok der Dino hat zum Glück unsere Fährte wieder verloren was ist das oh das ist ne Flair oh ah das ist natürlich bisschen unnötig oh nice to know ok wir haben jetzt ne Flair aber ihr Dooms habt ihr hier auch keine Gasmaske oder ah wie kommen wir wie kommen wir da durch ich hab ne Idee wir gehen mal links jetzt dann also oh gott alter hoch oh lol alter äh was ist hier nochmal ne Flair was bringt uns das irgendwas muss uns doch das bringen hier ich guck mich mal hier noch ein bisschen um so oh lol das ist ne piano christmas truth ihr wisst Leute da gegen Wilhelm Wilhelm Mina geht's Richtung Leiter aber wir müssen erstmal Luisa weil ich glaube hier irgendwo gibt's ne Gasmaske oder so weil sonst kommen wir da gar nicht durch Vorrat wahrscheinlich beim Vorrat ne muss einfach versuchen dass ich die Orientierung nicht verliere aber da ist ah guck na sieh mal einer guckt ähm hab ich die jetzt an ich vermute aber auch mal oder oh lol oh mein Gott alter ich schmeiß meinen Arm also nicht meinen aber den den ich dabei hat Leute da ist auch ein Dino Piss dich du Ansohn ohhh nein nein bitte verlier einfach ganz schnell meine Fährte johle er hat mich nicht gesehen warte wir müssen warten bis es ist raus schon aufhört hm das ist gut ich glaube wenn genau mein Recht wo ja wie kommen wir jetzt hier raus das dort stehen nur scheiße keine Flares mehr ja wir werden wahrscheinlich noch mal sterben aber wir müssen ja jetzt was durchgehen komm ja lol ich hab überlebt weil ich seh nix Gas komm ran rennen meine ich natürlich oh scheiße Leute wir gehen jetzt mit das Gasgebiet ich hab meine Maske ne hä hä ich hatte die Maske aber es ging nicht oh mein Gott man muss Equipped Gasmask klicken oh mein Gott oh Gott Leute guck mal wie das aussieht mit dieser Gasmaske okay richtig scheiße aber auch also nicht ich vermute mal wir haben auch nur limitiert Zeit und verpiss dich du also ach man ey man sieht so nichts hm Hilfe wir haben aber keine begrenzte Zeit hm doch wir haben begrenzte Zeit hä wo die Leiter war einfach nicht da Leute ich hab's ich hab's ich hab die Leiter 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 ja was ist jetzt los oh mein Gott Alter das war das Spiel Leute also was können wir jetzt abschließend zu diesem Spiel sagen also ich fand's eigentlich sehr interessant einfach auch so sehr atmosphärisch irgendwie es war irgendwie gut aber irgendwie wieso Dinos erstens das so das ist so ein bisschen random wenn es jetzt irgendwie ein Ghost wäre oder so könnte man das auch noch von einem Lied von Sabaton ableiten aber irgendwie ja also ich weiß nicht die Monster war halt etwas weird es ist auf jeden Fall sehr cool auch es war auch wirklich ein bisschen challenge weil wenn man gerannt ist ist der Kopf auch so nach unten und so und hat man nicht mehr so viel gesehen auch mit dieser Gasmaske dann am Schluss also all in all ist eigentlich ein sehr neues Spiel ähm ja nice für kurz für ein Quickie nice für ein Quickie Leute wenn es euch gefallen hat lasst ein Like und ein Abo schreibt mir weitere coole Indie, Spiele, Horror in die Beschreibung hier und dann würde ich sagen war's denn mit diesem Video bis zum nächsten Mal Leute Tschüssi wir sind bei die 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 Untertitelung des ZDF, 2020